Manchmal kriege ich Schüttel, ohne Scheiß. Auch wenn das so NPCs sind, so Computer. Kriege ich Schüttel. So, wo ist Erna? Erna hat er... Erna hat er... Da liegt schon... Warum liegen denn hier die ganzen Hosen und alles? Hä? Ich schmeiße das alles weg, ne? So. Auch hier eine Jeanshose. Weg. Ja. Könnte nackt nach Hause gehen, ist mir doch egal. So. Ich hab jetzt 16.009... Sollen wir ein paar Geräte noch kaufen? Das wird... Alter, was hat die denn für Augen? Das ist Satan. Die ist doch voll druck. Na. So. Okay. So, pass auf. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen Werbung oder sowas machen, glaube ich. Zurück zum Hauptmenü. Fitnessstudio. Decke. Was ist das hier? Demnächst. Auswählen. Umkleideraum. Ach, mit Sauna und sowas allem. Okay. Ähm. Werbepartner. Ne, ich will nur, ähm... So, so... Im Fenster hier was haben. So Bilderschöne oder so. Ähm. Wer ist denn das? Jesus. Okay, wer ist das? Hallo. Das ist Aiden Maxwell. Standard. Ja, Christo. Speichern. So. Ach, die stinkt auch schon wieder. So. Okay. Ähm. Ähm. Ähm, warte. So. Pass auf. Wir brauchen... Wir brauchen Bilder für die Fenster. Erna. Erna kann sie... Ne, du nicht. Ach, die stinkt auch. Ich werde bekloppt. Warum stinken die denn so schnell? Lass mal mit Deo da rein. So. Okay. Ich... Wir müssen... Wir müssen Werbung schalten oder sowas. Ich glaube, das ist essentiell wichtig. Aber wo kriegt man denn hier... Was ist denn das? Sieben. Mülleimer. Farbe. Fliesen. Deko. Motivationslevel. Umkleideraum. Ach, das sind die Kabinen hier, ne? Wir machen mal zwei. Wir kaufen noch eine Bank. Ich glaube, haben wir aber auch schon. Ach, wir haben gar keine Duschen. Und die kriegen wir auch noch gar nicht, die Duschen, ne? Dann kaufen wir das noch. Wir kaufen noch ein Rudergerät. Äh. Ach, du Scheiße. Warte mal. Ist ja klar, dass die stinken. Wir haben ja keine Duschen. Och. Okay. Warte mal. Jetzt müssen wir hier... Wir müssen was ändern hier im Puff. Moment. Eine Yogamatte. Ach, die stinkt auch. Die geht doch so jetzt nicht umziehen, oder? Ach, wir müssen Duschen haben. Och, wie. So, pass auf. Die Matte. Die Matte, äh, die legen wir natürlich strategisch... So ist das wirklich in den Studios, in vielen. Die wird hier hingelegt. So. Da könnt ihr jetzt Yoga drauf machen, Mädels. So. So. Und wir haben hier das Rudergerät. Rudergerät. Das, das pflanzen wir mal hier hin. So. Okay. Ähm. Wir brauchen noch mehr Matten. Wir brauchen, wir brauchen noch mehr Matten. Wir brauchen, ähm... Wer ist das denn hier? Ja, was ist? Du warst ja gerade schon da. Hallo. Ich möchte Michelle Stone. Was will die haben? Standard. Krieg die. So, pass auf. Hau ab. Geht trainieren. Mach was aus deinem Körper. So. Pass auf. Shop. Wir brauchen Yoga-Matten. Hier. Noch drei Stück. So. Pass auf. Hier ist erstmal dreckig. Jetzt muss der Puff erstmal rund laufen hier. So. Was ist jetzt? Level 3. Vitaminbar. Was meinen die denn mit Vitaminbar? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Ekelhaft. So. So, das machen wir jetzt alle zu Hause nach. Das macht ihr jetzt alle zu Hause nach und ich bewerte das. Ihr macht davon Bilder oder ein Kurzvideo. Schickt mir das auf Twitter. At Gerrit Killerine. Oder schickt mir das auf Discord und wir bewerten das dann hier im Stream. Ja. Hm? So, du Stinkmob hier. So. Das ist aber eklig hier. Das ist eklig. So. Wie kommen wir jetzt? Wie kommen... Warte mal. Ich hatte ja noch Sachen, ne? Ähm. Hm. Wir haben hier Schränke. Hä? Habe ich die, habe ich die verkehrt rumgestellt? Warte mal. Moment. Oh. Scheiße. Okay. Ja, kann passieren. So. Kann passieren. Kein Problem. Ähm. So. Umkleideraum auswählen. Okay, machen wir mal hier zwei. Dann machen wir bei den Männern zwei. So. Ah, du Schick. Lebt Smoker noch? Ja, bald wieder. Bald wieder. Ah, du Schick. Dankeschön für, ähm, zehn Monate. Danke sehr. Ich hoffe, dir geht's gut. Umkleideraum. Wir haben noch zweimal Bänke. Wir haben zweimal Bänke. So. So. Und dann hier. Ähm. So. Okay. Ach, du Scheiße. Guck mal hier. Die wollen halt bei mir trainieren. Ja, kommt her, Junge. Niedrige Klasse. Kriegst du. Klopp weg. Hau ab. Da kommt Stinky. Jonathan. Der heißt Jonathan. Pass auf. Jodie. Ah, Standard. Okay. Speichern. So. Annabelle. Hallo? Angela. Aber komm, mit dem Anfangsbuchstaben bin ich echt gut. Angela möchte Standard. Speichern. Okay. So. Schnell sauber machen. Und so. Ja, da ist der Kevin mit dabei, ne? Was hast du da? 15er. Das sind 30. Das sind aber 5er, ne? Das sind keine 10er, oder? Ist schwer zu sagen. Das sind 2,5er. 5er. 10er. Eine 20er. Hm. Schwer zu sagen. Junge, guck mal die Asi. Kann das sein, dass das bei den Frauen am schlimmsten ist? Jetzt nichts gegen das weibliche Geschlecht. Aber wenn man hier nach dem Spiel geht, nach der Umkleidekabine, lassen die Frauen hier immer die ganzen Klamotten liegen. Jesus, Alter. Was ist denn das? Was war denn das? So. Okay. So. Aber trotzdem wollte ich, ich wollte Werbung machen. Wie kann man nicht? Ach, und wir müssen, äh, wir müssen hier, ach nee, hier kommst du zu nix. Stinky. Stinky lässt sich nicht hier irgendwie, äh, besprühen. So, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Okay. 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 Hier wird die ganze Bude auseinandergenommen. Oh! Was für eine dumme Sau, ey. Junge. So, okay. Ähm, jetzt komme ich aber hier nicht rein. Ah. Vitamin Bar. Ich werde bekloppt, wa? Okay. Äh, Escape abbrüchen. Abbrechen. So, Müll schnell rausbringen. Wartet, Kunden, wartet. Bevor ihr geht. Kunden. Die misst du triechen. Die dürfen nicht wissen, dass ihr von mir kommt. So. Okay. Ja. Da. So. Okay. Müll raus. Was hat das Spiel jetzt gekostet? Neun Euro, ne? Ist schon okay. Bis jetzt. So. Okay. So, das. Die Kunden ansprühen, ne? Ja. Okay. Letzten Müllsack noch raus. Okay. So, was können wir jetzt hier? 3000 Vitamin Bar kaufen. Ja, guck mal hier. Das wird immer besser bei uns im Gym. Hier. Tür öffnen. Du hast kein kochbares Essen. Ach, hier kannst du auch noch Sachen. Sachen. Und Toast. Wie geil ist denn das? Maschine füllen. Gehe zum Markt und kaufe Toast. Was? Jesus. Gehe zum Markt und kaufe Toast. Multiplayer? Wirklich? Okay. Tür öffnen. Toast kaufen. Kaufen aber die untere Ablage. Komplett. Okay. Was kann man hier noch kaufen? Fitnessstu... Flaschenwasser kaufen. Nehmen wir mal die. Was haben wir hier? Pump Addict kaufen. Was ist denn das? Kann ich nicht lesen, oder? Wir kaufen davon mal vier. Was ist das? Proteinshot kaufen. Das kaufen die wie bekloppt. So. Okay. Was ist das hier? Ah, okay. Vier, fünf, sechs. Was ist das? Eins, zwei. Das ist das gleiche. Das ist Soda. Was haben wir hier? Orangengetrink. Nehmen wir auch. Ach du Scheiße, was haben die denn alles? Käsekuchen. Snacks. BCAA darf nicht fehlen. Darf in keinem Fitnessstudio fehlen. BCAA. Kokosgetränk. Zwei, ja. Cappuccino kaufen. Zwei. Cappuccino kaufen. Cappuccino kaufen. Vier. Okay, haben wir jetzt alles von hier? Ne, hier ist ja noch mehr. Erdnüsse. Proteinriegel. Erdnüsse. Zitronenproteinkuchen. Okay, und wie kann ich jetzt hier bestellen? Oder hat ihr das direkt im Inventar? Fitnessstudio Türen schließen. Ach, wir haben geschlossen. Ist gleich gekauft. Okay. Nach Hause gehen, ins Bett gehen und schlafen. Ne, wir müssen ja noch die Bar hier irgendwie. Warte mal, Tür öffnen. Okay. Jetzt haben wir die Toaster reingemacht. Okay, jetzt haben wir ja hier. Maschine füllen. Proteinpulver. Okay. Da ist jetzt Proteinpulver drinnen. Nehmen. Kann man das? Fülle ein Glas. Okay, habe ich. Und wie stehe ich das hin? Okay. So, jetzt habe ich doch die ganzen. Oh, hier. Flaschenwasser. Aber wie kann ich das denn? Kann ich das nicht irgendwie da ins Regal stellen oder so? Oder vielleicht erst mal nach Hause gehen? Doch, ich kann auch Personal einstellen. Aber hier haben sie wieder, guck mal, hier haben sie der Pipi gemacht. Nachts. So. Okay, pass mal auf. Personal einstellen. Ducker. 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 Täglich. Komma, 1000. Und er kostet 550. Da, wir gehen erst mal nach Hause. Wir gehen erst mal nach Hause. So. Tür schließen. Nach Hause gehen. Wir wohnen direkt hier. Ich brauche Automaten. Killerpilz, grüß dich. Du, Badi, wie geht's dir? Circa, grüß dich. Na? Ist deine Pizzeria noch offen? Nein. Nein. Ich warte wirklich, ich warte drauf hier, ähm, diesen Kebab-Simulator. Da warte ich drauf. Aber da passiert anscheinend gar nichts. Das steht schon seit Wochen. Er scheint bald. So, pass auf. Betreten. Das ist nicht euer Ernst, oder? Was für eine Siffbude ist denn das? Haben die hier Kohlen gelagert oder was? Was ist denn das? Nee. Guck mal. Da lege ich mich doch nicht rein. Wie ekelhaft ist denn das? Boah. Guck mal, wo ich hier wohne. Das ist ja fast wie in München-Gladbach. Ah. Ja. So, Studio zur Luftpumpe. Okay. Tür öffnen. So. Okay. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Wie kriegen wir jetzt hier... So, pass auf. Aber wie kriege ich denn hier... ...einen Automaten? Hä? Wo steht irgendwie... Warte mal. Äh. Shop. Firestarter. Was ist hier los? Pumpen oder was? Ja. Extras. Ah, hier. Hier. Ach, Level 7. Oh. Oh. Was wird die gelassen? Ist ein Singleplayer. Zippo Zipp grüß dich. Firestarter. Dankeschön für 71 Monate. Vielen Dank. Und das auf Stufe 2. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Oha. Wieso? Oha. Hä? Darf ich kein Singleplayer spielen? Personal einstellen. Okay. Wir nehmen den Mike. Mario grüß dich. Mike ist unterwegs. Guck mal, da kommt Mike. Guck mal. Guck dir die Beine an, ne? Oberschenkel, den Quadrizeps, schön austrainiert, ne? Ja. Was hast du denn an? Ist das ein Blaumann, oder was? Das ist nicht dein Ernst, Junge. Hier ist Fitnessstudio, kein... Was hat der denn in der Hand? Einen Schraubenschl... Ach so. Ach, der repariert hier Sachen dann, ne? Ah, okay. War schon lange nicht mehr hier. General, come on. Ja, gibt ja nicht viel Neues, ne? Ist ja immer das Gleiche eigentlich. Freier Starter. Man schlägt sich so durch, ne? Man schlägt sich so durch. Ist das jetzt mein Hausmeister, oder wat? Ich dachte, dass wir... Junge, wat is? Hier, mal putzen. So, pass auf, ich... Chantal... Ne, das ist doch... Ne, das ist doch er... Oh! So. Okay. Frauen umkleide, ist alles gut. Wat? Junge, wie sie... Wat ist denn das für ne Hose? Wat? Nicht nochmal so, wat, ey. So. Genau dein Spiel. Wat is? Flammlachs. Na? So. Sie geht trampeln. Ähm, okay. Wir haben... Auch immer 13.000. Ähm... Hauptmenü. Fitnessstudio Shop. Guck mal, wir können aber doch hier... Ne Sauna noch machen. Wir nehmen eine Sauna. Wat ist denn dat jetzt? Wie? Ach, Level 6 musste da sein. Okay. Für das Spa wahrscheinlich auch, ne? Okay. Fitnessstudio. Was, was ist das hier? So ein Dach oder sowas, ne? Decke, Vorderseite, Rezeption. Oh. Ah, Level 7. Okay. Scheiße, hier steht schon wieder Kundschaft. Ähm, hallo. Ich möchte Lana. Lana, Standard. Hm? Lana, bist du. Ein Mann-Sauna. Was? Ne, da war ich noch nicht. Hm, das war erst da. Leo möchte Standard. Okay. So, pass auf. Vielleicht sollten wir wirklich... Ähm... Das sind ja die Ausrüstungen. Level 5. Ach, das sind jetzt schon andere, oder? Ja, das ist ein anderes Laufband, ein hochwertigeres als das hier. Okay, wir kaufen noch ein Laufband, um Kleideraum, Level 4 für Duschen. Das darfst du gleich mal erzählen, ne? Was sind das, ein Fernseher? Lautsprecher? So ein Plakat. So ein Plakat. Okay. So, pass auf. Wie, 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 wie kann ich das denn machen? Mit dem Lautsprecher und das? Fernseher. Wie geht, wie geht... Ach, die stinken hier schon wieder rum. So, warte.